Wunderschönen guten Tag zusammen, hallo und herzlich willkommen bei einer kleinen Runde Waffenspiel in Counter-Strike Global Offensive 2, nee, Moment, CS2. Mit dabei, wie ihr schon hört, sind Fischkorb und Franzi und wir haben die Teams, Chris und Fischkorb aktuell gegen Seven Smash and Reddick, wir spielen ein bisschen Waffengame auf, ich weiß gar nicht, wie die Map heißt. Hallo. Ich hab so Bock. Ich glaub Brewery, Brewery. Keit schon los? Keit schon los? Keit schon los? Zählt es jetzt? Ja, let's go. Oh, weißt du echt? Boah, die Ziele ist doch schon voll abgelaufen. Ja. Oh Gott. Ha, 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 au! Äh, ist klassisch, dass man zweimal killen muss, ja, ne? Ja, ja, ich glaub schon. Oh, weißt du, wieso bin ich hier runtergefallen? Das ist ja voll doof. Au, ah. Chris, ich dich nicht killen lassen. Warte mal, ich darf nicht... Niki, den Spawn! Ich bin hier in Spawn. Ja, ich weiß, ich wusste nicht, dass der Weg dahin, also nur dahin geht. Ja, ja. Chris, entloft, entloft, entloft. Nein! Scheiße, ich hab mich doch angetroffen. Was war? Angetroffen. Hansi, du Arsch. Hallo. Arschloch, ja. So. Äh, Snipper! Ich hätte kein Rassen-Skans. Ja, das ist, glaub ich, das ist, glaub ich, wegen, äh, Custom-Server hier. Fuck. Wir dürfen nicht in Spawn, aber irgendwie müssen wir, wir müssen ja auch rauskommen, ne? Ähm, ja! Scheiße. Wieso bist denn du da unten auch? Hallo. Wär ich hinter dir hergelaufen? Ach schon. Fischkorb? Weiß ich nicht. Also wir können auch in Spawn reinlaufen, aber jetzt nicht, weißt du, in die Ecke stellen und dann weißt du... Ja, wir machen jetzt so, dass es gut ist. Genau. Ich höre euch. Also wir können bei uns durch einen Spawn rumlaufen und es da killen, aber... Ach, steh ich! Wow. Oh mein Gott! Hä? Oh, wo seid ihr? Oh, wo seid ihr? Ah. Bin hier gespawnt. Ah! Ah! Ah, das Zenoscope! Was? Was bin ich so schlecht? Wieso? Alter, Kartoffel-Aim des Todes. Ich hab die geilere Waffe, ne? Ist ja doch kacke, wenn du diese scheiß AWP noch hast, wenn die anderen schon die anderen Waffen haben. Das ist das mal ein Belastung. Ist ja kacke AWP, das ist voll super. Ja, aber... Ach, den wollte ich. Ist ja gute Waffe, ja doch, hast recht. Die schießt da irgendwo hin, zeigst und dann macht die alles kaputt, wenn du was triffst. Das ist schon gar nichts passiert. What? Das setzt sich dein Ernst. Nicht am Spawn sitzen, aber genau um die Ecke darf man. Ja, Christian war da. Fick dich! Ha! What? Der Schuss ist durchgegangen. What the fuck? Ich fühl mich gescampt. Du siehst ja die Schusslinie. Hey, ich muss nachladen. Unfair. Ja, mach das doch. Hallo. Mach das doch. Mach das doch. Hä, wieso? Oh, die M4 hat mich verwirrt. Ich dachte dann, fährt er ans CT. Alles Cheater hier. Kann er sich bitte nicht die Waffe angucken jedes Mal, wenn ich vorne? Aber Franzi ist richtig gut. Die Überrasche ist. Ich hab schon mal gespielt. Ja, wir nicht. Das richtigste bin ich auf Stufe 1. Ja, das gibt's doch nicht. Wie gut triff ich denn deinen Kopf nicht? Oh, das ist doch frech. Hab ich, hab ich. Ach so, die ist weg. Hä, wo? Mann, das gibt's nicht. Frechheit. Ach, verdammt. Nee, 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 nee. Mist, da kann ich von zwei Seiten. Das ist so ungewohnt, CS zu spielen, oder? Hm, ich weiß, dass du hinter mir herkommst. CS spielt man doch irgendwie nicht mehr sprechen, Sanding Heller. Wo sind die? Die sind unter uns. Unter uns, ja. Fixie. Ja, wo läuft man denn hier lang? Was läuft mir? Ja, wow. Jetzt von der Seite. Hallo? Oh, du Arsch, Alter. Michi. Bei uns drin, da. Was heißt der denn hier bei uns drin, da? Raus da. Raus da. Das wollte ich gar nicht. Das ist aber gut. Alter. Alter. Kommt, der schießt einfach aus der Ecke. Oh. Nice, Alter. Getropped. Zap. Alter. Das ist nicht gut. Ich bin jetzt 50, aber. Oh Gott, du bist das. Was? Was? Christian. Rache. Das wäre witzig gewesen. Hab ne Wuchtbrumme. Oh Gott, das wird furchtbar. Nee, ich glaube, es gibt kein Team Schirm. Nee, wird nicht. Okay, gut. Shit. Hedda, ist kalt, geskillt. Oh, hey, hallo. Ja, Spawnkiller, Alter. Was bist du denn für ein Arschloch? Hansi, du mit. Hansi, machst du fertig. Hansi, kannst du bitte nicht von oben in den Spawn reingucken, wenn man... Das ist ja unglaublich. Ich meine, wenn ihr es braucht. Wo sind sie? Ich werde aber nie den meisten Kill machen, glaube ich. Scheiße, also die Waffe ist doch Schmutz. Wir haben gleich alle das im Game. Naja, die lasert schon, aber du musst halt erst mal ein bisschen sprayen. Ein M200 ist super. Alter, ey, was? Wieso denn nur 48? Irgendwann wird der tot sein. Oh, was war denn das für ein Ruckler? Fisch? Jo, Cop. Fuck, ich hab dich richtig weggelasert. Diese Waffe, ne? Ey, wirklich. Ich fand die eigentlich super easy. Nein, jetzt komm doch nicht wieder raus. Ach man, über mir war einer. Und dann unter mir. Fischi macht uns richtig wack. Über mir. Ach, da. was hallo da ist der andere ja danke oh mein gott ich will sie auch wenn sie verkamen fancy schießt ihn an für mich wie du hast ein Messer schon was oh was warum ist denn da wo mich jemand treffen kann das ist doch unfair hallo fancy du hast mir eine richtig Deckung gegeben geil ah kommt der ich hab dich nicht gesehen das gibt's doch nicht ich bin's ding dong oh nein ich bin rausgetappt das ist so blöd dass du mal springen musst wenn du die Rampe hochkommst ja von uns ich hab gar nicht getroffen okay ich hab die Uzi ne ah boah nein was ist denn leer was ist doch Mist in die Mangel genommen alter franzi rasiert hier aber auch wo sind sie ich hör sie hör sie doch ja immerhin immerhin mein abgesnackt die Sau ach so Leute was war doch mal die Besonderheit im Revolver äh du kannst mit rechts schießen mit links schießen oh warte mal das ist Franzi ach hinter mir nein hinter mir war er du hast schon recht fuck ich muss mit ach so fuck dass er mich damit gemacht hat wie dumm ist denn der Revolver alter ja der Revolver ist schwer ja wir haben Spawn alter langsam reicht's mir aber Leute aber ich hab mir die Beine gebrochen das machen wir das jetzt auch wir machen das jetzt auch mit dem Spawn campen hier was denn die stellen sich immer oben hin und dann gucken sie in den Spawn rein immer sagt er aua was komm her komm ich wollte extra nicht in den Spawn rein schießen darfst du darf ich mach ihn da war ein Headshot dabei wieso Christian du musst ja mal weg von Stufe 7 wir sind einfach so schlecht in diesem Spiel einfach ah endlich ey haben wir sie beide sehr gut ah mir ist 80 ja ich bin ein bisschen low äh nein ach da saß er ja wie du schon wieder also das ist ja wirklich was denn da darf ich ja wohl hin wenn ihr gerade nicht gestorben seid dann darf ich da hin dann leben sie noch heute langsam also wirklich äh Fischi wenn du da hinten halt die ganze Zeit am Captain bist fuck am Captain in meinem Spawn tut mir leid ja wirklich ich bin gerade gespawnt Digga ich gebe dir jetzt den Sandigen Header nein da komm nicht der sich ein hab ihn verdammt war war Fischi der ist links hinterm Faller ich war auch minus 50 was Christian ist auch hier Einzelschutz okay Shotgun ich muss beim nachladen wie viel geht denn das eigentlich die macht keinen damage 92,4 Boah Boah Alter endlich endlich weg von dem Rummelden wenn ich nicht von Schmerzen hätte 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 ich jetzt richtig geschmerzen oder WAS Boah Christian gönnt mir ja ich bin richtig gut war mal der Taser bin ich bei uns oder bei euch der ist hier ach sei egal jetzt war nicht so verkrampft hier oh das war knapp äh mein Spieß hab geschützt äh was ist denn jetzt los Franzi hat gewonnen ich hab gewonnen hallo muss man nicht mehr messern hä ich glaub das ist äh man kann das so einstellen dass man nicht messern muss am Ende die Zeit waren wir zu kacke wir waren glaube ich zu kacke wir haben es nicht geschafft und wieso wie kann denn einer gewinnen in einem Teamspiel die Zeit war vorbei ja Franzi war halt die Beste in der halb der Zeit ja ha ei so next round ok let's go zweite Runde 2 2 2 gegen Franzi und Fischi Runde Lego ich hab das Huhn auf einer anderen Map äh wir sind krass hier in der Wüste angekommen schade was ich dachte nicht zielen hilft einfach aber einmal hab ich zumindest getroffen Franzi wir sind sehr gut nein das wollte ich nicht oh lol ganz links ich kenn die MIP gar nicht ja die ist ähnlich aufgebaut wie die letzte ein Viereck und dann da ist er Christian ne da hinten ist einer wie meine Sandtasche es gibt diese oh shit ich wollte dich no-scoppen nein ich hab dich no-scopped das ist jetzt schon besser als alles was ich da vorgebracht habe was Franzi mach mal nicht Maschine boah ich bin aber auch kacke in der Arbe ich hab ne AR jetzt oder ist gut komm mal her ne ja komm vielleicht soll man mit den Waffen mal weiter kommen ne würde ich eigentlich nicht ach er hat gewartet ihr habt dich gehört ich bin ein Hörmann weil ich hören kann ne warte mal nein du kommst ja hier direkt nein und der andere ist auf der anderen Seite ich hasse euch alle ach scheiße schön Christian da hab ich ja übel verbrüht ich hab einen Kill gemacht wir kacken da richtig drauf ach Mist will den unbedingt tasern upsie was nein oh nein Cheater wusste wo du bist Sepp ist hier in der Mitte oh warte mal ich bin in der Mitte Sepp ist in der Mitte das war das doofe gewesen wir werden ja verstecken hier man kann auch auf die Container teilweise draufklettern was passiert wenn man ein Messer hat gute Frage äh dann wird glaube ich zurückgesetzt bei demjenigen ich weiß aber nicht genau wa das ist doch fände ich gerechtfertigt Ding Dong 23 Schaden wir probieren es mal man ich wollte dich bessern was oh no Fischi Fischi floate durch seine Waffe durch kannst du dich ficken Fischi ist oben am Container warum bist du den so gemein jetzt ja bei links kommt Franzi Alter ich schieße aber ja ich sollte halt stehen bleiben das ist ganz was denn Fischi schafft uns hier gerade für uns wir sind im Team schade alles Galil ist einfach die Überwaffe ach komm alter mit der nege das ist richtig gut jetzt muss ich hier weg weil ich will ja nicht in dem Spawn da rumstehen das ist voll doof achso du kannst ja hochgehen ach komm ja man kann ja da wird jetzt nur noch 25 Leben Franzi ich treff grad irgendwie gar nix Fischi du musst das weg machen aua ich mach das oh 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 Christian wir machen das ha ha zweit gilt wir machen das nein oh Franzi kam von außen damit hab ich nicht gerechnet kann mir da auch hier schon mal nicht schießen 80 in 3 die hat aber auch wow Franzi nice pre-aim ach scheiße irgendwie gehört Christian hatte ich ja du hast mich auch gehört du hast richtig gut prediction kill gemacht ah da oben wieder ah man wo seid ihr ich weiß nicht Fischi ist die ganze Zeit am Käpt'n glaube ich ja ich glaube er hat die Kuppe zerschossen man haben beide mich gesehen schön Franzi das war ein Mist hier oh damit da hatte ich Glück da hatte ich Glück oh beide neger m4 neger m4 super damit bist du mal voll schnell damit kann man voll so rum buseln oh oh in dem Arsch ah ich bin damit so langsam der Negev ja also wenn du vorher die m4 hattest die Negev halt so jetzt kommst du hallo ich hab das so lange gewartet tada ich wusste doch dass die da rauskommt shit oh oh das ist doch nicht wahr zwölf hp wie ich nur hälfte hp mache ich nur hälfte hp mache immer oh Gott ne franzi hab nicht so viel hp ah ich bin beide nein hä ich hab ihn ja ich hatte zwölf hp damit habe ich nicht gerechnet wieso höre ich denn nicht auf zu schießen das ist doch unfasslich franzi lass ihn das sieht so nimmst sicher kriegt der den diegel ja zur kacke alter bin grad zur kacke und drückt mir da im laufen ja das war ein guter shot alter das war eine kackwaffe ja jetzt kommen die guten Waffen hä wieso gehen die Schütze nicht rein warte mal wer steht's denn da was macht die da für den Quatsch so hier let's go wir sind beide da einfach ja hier wird halt immer genauer irgendwann ja ja ne gell klar ah komm zu denn her von hinten höhö wie ist der den Strich oh Gott ach fuck naja aua du hast mich durch die Wand gespacht wach durch die Box also franzi nice ding franzi der war nice ah nee ach komm der war doch die er wartet dann oh nein ich lade doch nach sehr schön franzi warum lade ich nach ist doch ich kenne das problem aber eigentlich war das safe eigentlich war das safe warum kommt der auch da hoch alter fucker krass bleib hier franzi schade immer dieser scheiß move über die container ja 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 5 hast du geholt ich hab reload 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 ist dein klipp time out wieso wegen reload ja gönn ihm boah alter das war nice okay jetzt kommen sie jetzt kommen sie franzi jetzt kommen sie da hab ich angesehen da da sind rechts scheiße 40 ich meine 40 ja einer bei uns am spawn warum franzi lass dich doch nicht wegslängen von dem ah lol ich freu dich ja ich hab keinen schaden gemacht ey das gibts doch nicht wir nutzen es hier mal mit der ist ne frechheit hier diegel getötet ha ich bin nicht verblieben danke da du äh fischi danke da du da du genannt hehehe hehehe da gab's direkt den rache kill hat's gesehen ich fietschen hier so ich will diese waffe nicht mehr hast du die beste waffe du hast die beste waffe das doof jetzt kommen die diegel schellen hier aber diegel kann ich irgendwie nicht so gut mag ich auch nicht ja danke gut abgelenkt christian wo ist fischi oh gott fischi ist links hat der ein messer ne ne das wird glaub ich schon gesagt nein ich 91 raste aus als ob er jetzt ne shotgun hat da will ich nicht hin nach der shotgun nach der shotgun kommt ne shotgun nice oh danke christian ist mein arsch gerettet weiß hier nicht hoch können oh 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 Bist du denn hier so nix? Warum? Ach, was mischst du dich da ein? Zu weit weg. Hier sind wir nicht zu bleiben und zu haben, die Technologen. Spielen! Franzi hat auch die Shotgun. Wieso kommen wir nicht hinterher? Oh, oh, Franzi! Ja? Franzi! Ja! Die Actionmusik ist an! Ja, let's go! Ja, zum Glück habe ich ne Shotgun gegen Mr. Fantastic. Wieso sollen wir das denn jetzt machen? Oh, warte mal, die hat auch ne Shotgun. Linke Seite. Ah, ja, dann zack mich doch ab! 81 in drei. Franzi möchte auch Messer haben. Ich will auch Messer haben. Du musst die Leute anschießen. Wir sind hinten. Die Leute anschießen, sagt er. Alter, Alter, Sigi. Nein! Mach mal nicht! Hab auch Messer! Ja, das ist nicht so gut. Ich hab das Gefühl, Christian, wir könnten zumindest noch gleich ziehen. Äh, ich bin hinter dir, also... Ja, ist ja egal, aber... Ah! Nee, nee, machen wir nicht. Und die? Wo kämpft die Messersau? Oh, von oben runter wäre auch mies, ne? Ja, aber das bin ich ja oben. Wo sind die? Weiß ich nicht. Die sitzen irgendwo in der Ecke und warten, dass die dann vorbeiluft. So nicht hier, Alter. Nein, nämlich! Ah, scheiße! Gut versteckt. Boah, ich bin ja schrocken, ey. Das war knapp Horrorfilm, ja. Aber das ist gut, jetzt gerade können wir ein bisschen aufholen. Hallo! Alter! Christian, mach sie doch nicht weg. Natürlich! Ah, nicht hier am Spawncampen. Na, ihr Schweine! Meiner! Alter, was? Franzi, wir haben dich gesehen. Hier geht's ruhig. Ha! So, jetzt kein Messer. Okay, Christian, du musst hier alle schießen. Ja, genau, nicht töten! Wie nicht töten? Willst du dich veräubern? Nein, ich hätte gewonnen! Als wenn, wie wolltest du mich, du wolltest mich an... Äh, ich schmeiß mir. Christian, wir hätten gewonnen! Wir haben kein Team! Wann verstehst du das? Wir sind ein super Team! Ich bin hinter dir. Denkt mal, wenn ihr gegen Sepp seid, links, links, rechts. Schneller als zweimal rechts. Wo haben sie sich versteckt? Da. Weiß ich nicht. Ja, komm, komm, komm. Ah! Franzi! Tief! Wie? Das war gut. Ich dachte, Christian, schießt noch einmal mit drauf und dann kriege ich ihn. Nee, ich bin gerade erst um die Ecke gekommen, da war der Spaß schon vorbei. Schön! Schön! Ja, geht's dann, Franzi! Waffenspiel. Franzi hat uns hier richtig hart geschäft. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Dann! Hallo!